Oh, guten Tag. Ich habe sie gar nicht bemerkt. Mein Name ist Toya Diebel, auch bekannt als Toya Girl. Sie kennen mich vielleicht aus dem Internet. Bloggerin. Influencerin. Model. Internetaktivistin. Comedian. Habe ich Model schon gesagt? Auf jeden Fall bin ich nun auch Autorin, denn obwohl ich eine Frau bin, habe ich ein Buch geschrieben und würde mich freuen, wenn Sie es lesen, auch wenn Sie ein Mann sind. In meinem Buch Weiber geht es um Frauen, die die Wahl darüber haben, ob sie anderen Sockenfussel unter den Zehennägeln hervorpuren wollen oder nicht, ob sie ein Kind abtreiben wollen oder nicht oder aber ob sie einfach nur ein Alkohol- und Drogenproblem verabschieden wollen oder eben nicht. So unterschiedlich die Weiber in meinem Buch auch sein mögen, sie alle haben eins gemeinsam, denn sie haben die Wahl. Oder nicht? Das entscheiden sie. Oder nicht? Vielen Dank.